Ja Hallöchen und herzlich willkommen liebe Freunde. Ich habe wieder was Neues für euch gemacht. Ich habe einiges gefarmt. Ich habe ja auch die Rüstung jetzt aufgebaut komplett. Mein Schwert, mein Helm, bis auf das noch nicht. Ich brauche auch noch Stufe 4. Aber es wird schon langsam. So, jetzt habe ich was Neues für euch. Ich zeige es euch mal, was ich gemacht habe. Ihr habt da mal was hergerichtet. Da da. Und da unten ist sie. Ich habe die Seeschlange da unten. Da habe ich eine eingefangen. Jetzt muss ich nur noch was rumbauen. Aber die tübt eh nicht aus, wie ich sehe. Aber so sieht sie aus, die Seeschlange. Wer es noch nicht richtig kennt. Bisschen Wasser. Seeschlange. Die war gleich vor meiner Haustüre. Da musste ich einfach die ein bisschen runterdrehen. So. Ist das nicht geil? Eine Seeschlange direkt vor der Haustüre. Oh, jetzt haut sie ab. Oder wie? Ne, da muss ich schlafen. Bleib bloß du hier. Komm wieder rüber da. Hier ist dein Zuhause. Jawohl. Da muss ich gleich was bauen, hier. Ich habe ja schon einiges vorbereitet. Ich wollte eigentlich mit euch was anderes machen. Aber jetzt ist mir das eingefahren. Ähm. Dass wir hier die, das bauen müssen. Komm. Ach, ich häng hier drin. Nein, komm zurück. Das ist jetzt blöd. Bleib da. Da bin ich. Komm zurück hier. Ne. Muss ich sie schlachten, oder was? Muss ich gucken. Schnell was futtern. Wo geht denn das hin überhaupt? Nach draußen, oder? Ah, jetzt kommen die auch noch. Die Schlange auch. So ein Scheiß. Jetzt muss ich die schlachten. Scheiße. Bevor sie abhauen. Das hilft nicht. Das ist jetzt blöd. Und ich wollte die einfangen. Ah, nur für euch. Ja gut. Dann machen wir es auch anders. Ich schleppe zu viel. Ich wollte da jetzt wirklich was zum Dumm bauen. Und da die Seeschlangen ein paar einfangen. Aber das hilft nicht. Dann müssen wir es eben... hoch mit der Energie... Das ist jetzt blöd gewesen. Hätten mich so gefreut, jetzt auch mit euch das machen zu können. Dann machen wir es einfach anders. Das haben wir hier schnell her. Dann holen wir den Wagen. Dann holen wir die Steine wieder rein. Dann fangen wir zurück. Wo wir ihn hergenommen haben. Ich habe ja schon gesammelt. Extra. Dann fangen wir vielleicht hier an. mit dem Bau. Wollen wir noch die 26 Steine da oben. Und dann... Speichert er natürlich wieder. So. Zwei. Herstellen. Die baue ich jetzt hier an die Kante vielleicht dran. Ähm... Zack. Da muss ja auch mal wieder was vorwärts gehen hier. Möbel bauen. Dann machen wir aber jetzt gleich weiter. Wir hätten... Wir hätten... Wir haben das auch machen können. Erstmal auf. Hier rüber. Und die Nerfigen. Die Nerfigen sind wieder da. Die Nerfigen. So. Ich wollte da nur da rein. Zack. Dann tun wir die Seeschlangen da weiter rein. So. Und dann bauen wir hier weiter. Sollen wir das vielleicht anders machen? Ich weiß noch nicht. Aber eigentlich wäre es so besser, weil ich kann ja immer rausspringen von hier. Und wieder wird es nocht. Die nocht. Das machen wir gleich ganz kurz hier. Gehen wir gleich schlafen. Dann... Haben wir es hinter uns. Und wahrscheinlich wird es... Dann regnen. Wie es immer so ist. Ihr wisst es ja. Das Spiel spielt immer einen Streich in jeder Folge. Und ich bin ein paar Mal gestorben. Ich habe dann noch einiges anders gemacht hier. Ich bin dann... Äh... Hier oben gewesen. Bin mit dem Schiff einmal drauf gefahren. Tag 760. Nee. Das ist... Dass jetzt das immer dran sein muss, he? Ach. Da kommt es zu nichts. Kommt der Wind von den Bergen. Kommt nur rüber. Hier bin ich. Mein Schiff haben sie wieder zerstört. Meine Gide. Die zerstören immer meine Schiffe. Jetzt bleibe ich das ab. Komm her da. Ja. Das mein Schiff zerstört. Dafür zerstöre ich euch. Wo die überall herkommen. Das müssen ja von den Bergen kommen, ne? Kommt runter. Da. Der hat das Probe, oder? Und? Wahrscheinlich haben die Wölfe die Wölfe dürften sich normalerweise nicht angreifen. weil die von den bergen kommen da fehlt nix haben wir schon jede menge auch hier drin wie gesagt hier haben wir auch noch eine wenn man sie zähmt dann muss man sie einzeln nehmen ich hab gleich ein paar gezüchtet eins ist mir draufgegangen hier drin das ist ja wieder super nur damit man aufgehalten ist mehr ist ja nicht mehr ist es nicht ich glaube jede menge gefahren die habe ja wie gesagt hier habe ich jetzt das schild hingetan ich tue jetzt einfach hier rein damit es ein bisschen aufgeräumt ist damit wir mal weiter kommen hier in jeder folge wo ich auch nehmen ist irgendetwas wie gesagt ich wollte hier auch bin mit dem botan hier aufgefahren weil ich den berg finden wollte habe hier ein portal gesetzt hier ist ein seltsames gebäude hier ist ja die ebenen alles brutal dann wollte ich hier den berg auf aber das ist so steil gewesen und wie ich oben war das war katastrophe zum schlimmen berg hatte noch nicht bis sie dort aufgekommen bin erst einmal und dann wie ich oben war dann war es ganz aus jetzt pass auf wie mache ich das hier sind wir ein bisschen weiter also da schon wieder ist ein Fuchs da doch warum mein Nuckel du geh her du mit deinem Rucksack alles bringt einen total durcheinander hier ihr seht sich selber dass man hier keine Ruhe hat hier könnte man ein bisschen ein Fenster reinbauen hier vielleicht auch oder so ok zweite zack aber hier ist ich noch schlecht zwei und komm her komm her klack ähm soll man da mit Holz weiterbauen ich weiß es nicht hier wollte ich eigentlich deswegen mache ich da kein Fenster ich wollte hier Regale noch erstellen hm hm hier könnte man die Tür freilassen hier könnte man die Tür freilassen hier könnte man die Tür freilassen wie wir es brauchen wie wir es brauchen so dann haben wir hier ein und da könnte man ein größeres Fenster reinbauen dann macht man hier noch zu so da müssen wir erst so einen herstellen damit wir hier zubringen da können wir ein Fenster reinbauen auch so dann hätten wir das gut gut hier vielleicht ein größeres Fenster hier vielleicht ein größeres Fenster ähm da brauchen wir vielleicht so umgedrehte auch dass es hier auch noch ein bisschen so rund wird das wäre natürlich eine super Sache hm das wäre es gewesen aber na ja na ja nein nein ok haben wir eh die Höhe oder wie ne noch eine nein und dann wieder raus so hm zack zack na nö komm schon rein da schnapp da nicht hin der will da nicht hin komm schon komm schon dann muss ich's so machen dann geht's hier weiter so dann hier sowas rein dann hier sowas rein dann hier sowas rein da ist man hier oben da ist man hier oben und dann muss man wieder runter weil irgendwas ausgeht so 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 warum geht das jetzt nicht aus ach so ich war nicht dran warum geht das jetzt nicht aus ach so ich war nicht dran no ne ne so dann schauen wir uns jetzt mal von unten an, wie das aussieht Ja, nicht schlecht, oder? Das hat ja was. Und hier? Könnte man das... Das möchte ich noch mit Holz machen. Das Geländer hier rum. Aber erstmal so zur Sicherheit ein bisschen. Das ist ein bisschen größer, oder? Das ist ein bisschen rechte. Könnte man hier auch ein bisschen größer machen. Eins, zwei, drei. Eins, drei Steine. Eins, zwei, drei. Okay, ist gleich groß. Täuscht ein bisschen. Das täuscht mich ein bisschen. Wie könnte das Geländer... Wie viel haben wir denn da rüber? Sechs Holzen, oder nee? Das reicht nicht. Schönes Fenster, schön Ausblick. Passt. Gut. Dann hier noch weiter. Speichert er wieder, oder? So, jetzt haben wir dies. Und ein Pisswetter kommt auch noch. Da könnten wir natürlich Ding machen. In der Zeit, schnell. Bis... Haben wir hier noch drin, oder? Normal haben wir hier noch Holz drin. Nein! Habe ich alles verarbeitet. Auch hier haben wir es. Hier müsste es sein, oder? Auch nicht. Kernholz. Nur Kernholz. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gehen wir schnell schlafen. Bis das das gekocht hat. Bis unser Fleisch bereit. Ja, ich höre schon wieder hin, Klaus. Ich höre schon wieder was. Dass die Wölfe angreifen am Ding. Und ich brenne Tag 761. Und ich brenne Tag 761. Weil bis wir was richtiges gefunden haben, ein richtiges schönes Plätzchen. So, jetzt haben wir hier. Aber das ist ja blöd. Das ist so blöd. Weil wenn ich jetzt hier Steine drüber mache, so Pflasterboden wie hier, dann muss ich ja auch wieder so ganze Dinge machen. Aber... ...zwei... ...herstellen. Die stellen wir mal hier her. Und das hier her. Ähm... ...dann... ...bauen. Ähm... Verschiedeneß Ja, wir müssen hier da So, dass man da noch vorbeigehen kann Es wird unsere große Schöne Kann man das nicht so zusammenfügen, dass das Ne, dann haben wir das da Das ist nichts Noch dazu ist das zu nah dran, oder? Auch nicht Mh hm 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 Mh hm 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 Warum ist so hier? So Dann haben wir das Das wird die Kirche Da kann man dann durchgehen Dun 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 Und hier kommen dann Kommt dann die Wand mit Sachen dran Hier könnten wir auch noch was herbauen Das wird Hier haben wir ein kleines Guckfenster raus Wenn man hoch kommt Was da abgespielt wird Guck, das wollte ich eigentlich noch mit Holz machen Das Gelände Das werden wir noch ändern Aber damit ein bisschen was angefangen ist Weißt Dann wird hier Das ist ein kleines Guckfenster 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 Oder? Was brauchen wir hier? Äh Feuerbrennen Benutze Holz Okay, brauchen wir Holz dann Also müssen wir noch Holz formen Aber wir haben jetzt auch wieder Jede Menge Gemacht In dieser Folge Und wir sind hier auch schon Ein bisschen weiter Ich überlege mir dann noch Was wir hier machen können Natürlich Ich fall wieder runter Kommt ja Keine rauf Ja Fünferl So wird das Okay Aber wie ich das mit der Decke mache Und oben drüber Der nächste Stock Weiß ich auch noch nicht Und wir müssen hier noch weiter Wo ich jetzt stehe Müssen wir auch noch her bauen Das wird ein bisschen so länger gezogen Das ist ja nur jetzt die Küche Mhm 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 Mal gucken Was mir da einfällt Wie findet ihr? Schreibt es in die Kommentare Wenn es euch gefällt Daumen nach oben Natürlich Kommentare schreiben Könnt ihr gerne Vielleicht Vielleicht hättet ihr noch bessere Vorschläge Und so Äh Mal gucken Wer noch nicht Abonniert hat Kann gerne abonnieren Würde mich freuen Ihr würdet mich sehr unterstützen Natürlich Äh Auch die Glocke nicht vergessen Und wir sehen uns im nächsten Video Danke fürs Zusehen meine Freunde Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss